Aloha, ich bin's, Claudius Fabich von Blue Hawaii auf Hawaii. Wir sind gerade auf dem Weg nach Wailea zu einem wunderschönen Strand. Und der ein oder andere würde sagen, Claudius, du gehst in die Sonne, das ist aber so ungesund. Nein, ich schütze meine Augen, ich vermeide den Sonnenbrand und ich sonne hauttypengerecht und maßvoll. Und wenn Sie das auch machen, ja, dann ist auch für Sie die Sonne nur gesund. Sonne hat übrigens herzschützende Wirkung und das hat eine Studie von Dr. Krause am Benjamin Franklin Hospital in Berlin festgestellt. Das ist nur eine von hunderten Studien, die belegen, dass Sonne hauttypengerecht und maßvoll eingesetzt nur gesund ist. Also ab in die Sonne und wenn Sie mehr zum Thema Sonne und natürlich zu unserer hochwertigen veganen Pflegeserie erfahren möchten, dann gehen Sie doch einfach auf bluehawaii.de. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, hängen los, ich fahre jetzt zum Strand.